Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben uns eine neue Location ausgesucht in der letzten Folge und wollen die jetzt zur Festlung ausbauen. Mal schauen, wie viel Zeit uns bleibt. Halben Tag. Was? Mal schauen, wie viel Zeit uns bleibt. Halben Tag. Der war doch gut, oder? Du musst erst mal nachmachen. Der war nicht schlecht. Nee, es geht nicht. Okay, hier müssen wir rauf, auf das Ding hier. Na, bau mal was, wenn der kann. Ja, ja, ich will mal gucken, auf welcher Seite es am besten ist. Pfade, dass die Kisten nie verschwinden, wenn du so ausgeschlachtet hast, wa? Die Autos? Naja, das wäre ja auch ein Blödsinn, wenn die jetzt verschwinden würden. Na, warum? Jetzt sind sie ja ausgeschlachtet. Ja, wieso? Jetzt können sie weg. Ja, ja, jetzt der Meer, kann man in die Tankstelle rein? Nö, nö. PIXA, PIXA. Aber ich dachte, hier liegt wenigstens mal was rum. Aber wo bauen wir dann diese, 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 hier außen vielleicht entlang, hm? Das ist ein teurer Sprit. Was kostet der? Warte mal, B... Aber wo gehen wir hier nach oben? Das ist die Frage. Gehen wir hier gleich? Gehen wir hier hoch oder drüber auf das kleine Häuschen zuerst? Erst auf das kleine Haus. Auf das kleine und dann rüber, oder? Ja. Ja. Ja, pass auf, dann fange ich mal hier auf der Seite an. Irgendwie... Hier würde ich sagen, hm? Eine Treppe hoch. Haben wir eine Treppe direkt hoch, dann kommen wir gleich. Können wir mal schauen. Ah, ich mach das mit so Floors, glaub ich. Pass auf. Aber hier kann man nirgendwo was hinstellen. Ja, weil wahrscheinlich alles zu verbaut ist, ne? Warte mal. Ah doch, niedriger muss ich's machen. Warte mal. Wenn ich dich hier so hin mache. Und dann ne Treppe hoch. Kann sie wieder abreißen, wenn's mir nicht passt. Weil jetzt mach ich kleiner. Wie klein muss ich's machen, dass ich nur hoch springen kann und die Zombies dran hängen bleiben? Das ist die Frage. Probiert aus. Bau hin. Versuch hoch zu springen. Ja. Ich glaub das ist, da komm ich nicht mehr hoch. Komm ich da schon hoch? Ach. Nee. Aber wenn ich hier aufs Auto gehe, kann man aufs Auto springen. Wieso kann der Depp denn dich aufs Auto springen? Ja, jetzt kann er. Okay, das geht aber. Wenn man einmal daneben springt. Okay, dann fällt man runter. Ah, B, C, die Katze liegt im Schnee. Ah, verdammt. Okay. Das geht aber. Ist ein bisschen kompliziert hier hoch zu springen. Aber nur für den Anfang. Später kann man ja was anders bauen. Oder? Ja. Was ist der? Okay, ich brauch Baumstämme. Ich muss auch hacken. Dann können wir dann ja schon... Kann man so einen Strohmasten auch umhacken? Nee, natürlich nicht. Es gibt doch genauso Holz. Das schwere ich jetzt nicht. Ich höre was von links. Oh. Die Richtung lassen wir mal noch sein. Oh, es ist 16 Uhr schon. Oh, 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 oh. Besuch. Hast du Besuch? Jupp. Aber nur einer. Bis dahinten saßt er. Glaub schon. Er ist einfach durch die Leitplanke gelaufen. Naja. Der muss nicht springen wie du. Ist down. Bist down? Er ist down. Er ist down. Also ich denke mal, wir sollten erstmal matratzen. Mann, schon wieder. Einer hier. Erstmal matratzen zum spawnen. Warte, komm. Zweiter down. Noch einer, ey. Dann hier kommt neiner. Sag mal. Was ist nicht hier los, ey. Alter. Das ist hier wie Maschinengewehrfeuer jetzt für ihn. Hehehe. Dann, 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 dann. Holz hacken. So, holz hacken. Oder kannst du ne Treppe da hin bauen. Dann, wir müssen uns die Arbeit bisschen aufteilen, glaube ich. Dann geht's schneller. Da oben auf dem obersten. Vom Auto auf das Ding, wenn's geht. Muss schauen, ist bisschen kompliziert zum Springen. Aber dann kommen die Zombies auch nicht rauf. Wenn wir oben sitzen. Yes. Yes. So, und jetzt führst du denn auf das Haus auf, ja? Äh. Ja, warte, warte, warte. Ich hab da ne Idee, dass man da keine Treppe rüber baut, sonst kommen die ja gleich rüber, wenn die uns nach oben verfolgen. Ja, na, ich könnte jetzt einfach noch mal eine, das neue packen. Ein Protest. Ein Protest und dann rüberspringen. Ja, ja. Aber dann kommen wir ja wieder zurück. Naja, okay. Ich weiß auch nicht. Nee, man kann schon ein Ding rüber bauen. Warte mal. Irgendwie so. Hier können wir uns ja richtig austoben. Hier ist der Zaun. Hier ist er offen. Da können wir dann was davor stellen. So diese Wand. Okay, man kann nur übers Auto. Dieses erste Protest ist eigentlich voll für den Arsch. Und das Auto kommt auch bloß rauf im Anlauf. Aber? Kann sich da hinstellen, wo die Autos sind. Pass auf, pass auf. Ich mach das. Stairs, geh mal vor mir weg. Warum? Ja, weil das so fülle schwebt. Wenn ich dir noch eins davor klatsche, kannst du dann versuchen hochzuspringen da? Warte mal, wenn nicht reißen wird nochmal ab. Geh mal rüber ein Stück, versuch mal hochzuspringen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was hast du? Nein, das wollte ich ja eben nicht. Ja, okay. Warte, lass es, lass es. Passt schon. Aber ich nicht. Nein, hast du gut. Nein, lass es. Warte, ich zeig's dir. Da müssen wir ja nicht springen. Die müssen ja nur am Anfang springen, die Idioten. Hier, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, lass es doch so. Dann so, und dann hier, wie machen wir das, dass man hier auch eine Treppe, warte mal. Ja. Ja. Aber hier hinten, damit die hier noch, kann man vielleicht hier noch Fallen bauen, wenn die hier kommen. B, die Stairs, Treppe, Treppe, Peppe, Peppe. Moment. Hier. Na, bisschen kleiner wahrscheinlich, oder? Lässt er mich keine rüber bauen, oder was? Echt nicht? Ja, setzt sie hinten an, aber vorne. Wieso nicht? Oh, mir fehlt ein Baumstatt. Baum. Ja. Ich hab's. Jetzt hab ich's zwar hierhin gebaut, er weiß noch was, dann reiß ich wieder ab, weil du müsstest da drüben auch gehen. Äh. Ich bin ja gespannt, ob wir das noch fertig kriegen. Die erste Welle ist ja harmlos, die können wir mit Bogen machen und machen wir einfach noch ein paar Pfeile. Ja. Pass auf, aber mach schon mal Baumstatt. Stamm und sowas, weil ich erforsche man gleich und alle. Äh. Voll unter Zeitdruck merke ich grad, wie es voll hektisch wird hier. Ach Gott, also die Joghze kommen ist ja wirklich. Ja, nur anfangs, später haben wir dann schon was ausgeklügeltes. Wieso geht es jetzt? Okay. Was ist denn jetzt mit dem Treppe? Ja, grad da drüben ging sie hier, k-k-k-k-k-k-da. Da, oh, da. Ah. Fick dich. Da. Alter Schwede. Aber du kannst doch vom Winkel und nicht ändern, wa? Doch, doch. Warte mal. Vom Winkel? Warte mal. Wieso ging sie da drüben und hier... Oh, 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 oh. Komm, komm, oh, chicken. Vielleicht bist du kleiner, oder was? Vorhin ging's doch drüben in der Ecke geht's. Hier krieg ich sie nicht ran. Hier krieg ich sie ran. Sofort. Ohne lang rumzutun. Dann mach es doch. Aber die ist zu kurz jetzt. Wieso ist es die zu kurz? Hi. Alter, Alter, das Bau, der hat doch gleich schon wieder an, denk ich. Das ist so übisch. Na los, grad ging's doch. Wo geht's denn jetzt nicht? Hier ran. Also mit dem Kletter haben sie's so nicht. Na ja, wollen wir halt mal hoffen. Doch, doch, die springen manche deswegen, aber die... Ja, aber... Vorhin, jetzt... Muss ich's hier machen, drüben geht's nicht. Macht nix, oder? Jetzt brauche ich... Oh, da kann ich noch eine daneben setzen. Nee, 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 nee. Und hier bauen wir... Schau mal, und hier bauen wir jetzt unsere Werkbänke und alles, oder? Jo, feuerfrei. Okay, mal schauen, was man bauen kann, schon. Naja, die eine müssten wir ja bauen können, weil... Oder machen wir hier oben mit Wände. Wieso? So hoch springt doch keiner von denen. Voll der Messer-Jockel war vorhin da, hey. Okay, also ich kann die Werkbench nicht bauen, die erste. Schau mal du nach. Da brauche ich... Drei Äste, warte mal, die andere, Craft, kann ich auch nix. Äste fehlen, Steine, Polzbretter... Äste, kleine Steine fehlen. Hast du Äste? Äste fehlen mir auch. Leg mal hin, bleib da, bleib da, lauf nicht weg. Ich hab das Vier. Die reichen mir, leg hin, dann baue ich die erste Bank. Schult! Leg hin. Ja, ich muss sie erst mal finden. Mensch. Hä, wir schweben auf dem... Du schwebst auf dem Dach vor mir. Du bist der... Bist du jeden... Achtung, die liegen vor mir. Und was wolltest du noch? Warte, 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 bleib mal da. Hast alle... Pass auf, pass auf. Ich schau gleich, weil dann können wir das gleich alles machen. Equip, die Bank... Ach so, ja, die können auch nicht sehr besonders klettern, nee. Ich kann sie ein bisschen weiter weg vom Rand machen, dann können wir immer noch eine Wand hinbauen, dass man oben drauf hauen. Reicht das jetzt ein Material, oder brauchst du jetzt noch was? Nee, nee, das... Warte mal, ich... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst ja das letzte Podestion wegnehmen, das kleine. Ich mach mal so. Zack, so. Haben wir das hier. Warte, bleib da, bleib da, ich bleib da, bleib da, bleib da. Jetzt speicher ich mal zwischen, damit wir mal einen Upload speichern. Schau mal, ob du schon ein Ding machen kannst. Ne, pack jetzt erst mal Holz. Ich tue jetzt alle Speichersachen raus, die wir schon gespielt haben, gell. Ich speichere jetzt alle, es ist dann, es ist das unsere einzigste, was wir haben. Ich hab alles gelöscht. Ich hab alles gelöscht. Ja. Aber speichern kann ich immer noch, nee, ne? Ja, das... Es ist ja nicht so schlimm, solange du deine Sachen alle hast. Ja. Wir werden das mal probieren, ich lass mal eins dann in der Tasche drin und mal gucken, ob es denn da ist zum nächsten Tag. So, gespeichert. Kann ich mal irgendwelche Blätter drinnen lassen. Schau mal nach, ob es safe. Es hat ja letztens auch funktioniert, jetzt steht nämlich wieder dort ein Multiplayer. Also, so wie das letzte Mal. Wo bist du jetzt? Jetzt läuft er wieder weg, ich sag, er soll hierbleiben. Du bist, du bist schlimm. Ich hab gesagt, ich bin die ganze Zeit schon am Holz hacken. Ich will doch die nächste Bank bauen, dass ich sie gleich updaten kann. Update. Craft, ich brauche... Felsbrocken und Äste für die nächste. Und für die andere brauche ich... Hatte ich nicht. Stein. Deswegen muss ich ja sowieso was holen. Ich muss Stein holen, okay. Stein, hast du ne Pike? Ne Pike habe ich. Ja, mach mal Stein und so, dann mach ich Äste. Ich komm lieber zu dir. Ja, ist glaube ich gut besser. Weil wenn ihr da kommt, dann können wir schnell jedes Blatt machen. Genau. Du sollst Stein, du sollst Stein machen. Wenn du ne Pike hast. Du hast ne Pike, ich nicht. Also mach Stein. Er hört einfach nicht, das ist unglaublich. Du hast aber auch Janisch. Warum hast du noch keine Pike gebaut? Du bist schlimmer wie ne Frau, echt. Warum hast du noch keine Pike gebaut? Ja, weil ich die Matz für die Sachen hernehmen will, dass wir unser Ding ausbauen können. Wenn du das eh hast, dann ist doch Blödsinn, wenn wir beide das gleiche machen. Mach endlich Stein! Das will an mir heute rollen, oder? Das gibt's doch gar nicht. Aber ich ne vorhin gesagt, ich mach Holz. Du hast ne Pike, ich nicht mach Stein. Verstehst du das nicht? Du bist doch viel schneller mit der Pike, als wenn ich hier mit nem kleinen Hammer draufhau. Ja, Feuer frei. Der schönste sein will, muss leiden, oder so. Wie war das? Ja, ja, wenn du die Nacht überleben willst. Und schnell bauen willst alles. Dann musst du jetzt Stein. Sollen hier Steine sein. Ja, Felsen halt, einfach zerhacken. Du kriegst ja auch nicht alles von hier. Wie zum Beispiel Ophi. Ach Gott, jetzt mach ich selbst. Geht es mit der Axt überhaupt? Geht nicht mit der Axt, oder? Ne. Sicher mit dem kleinen... Der braucht nur meine Pike, der braucht nur sammeln. Nein. Fels brauche ich, kein Stein. Stein und Fels. Das, was wir sammeln, ist es kleiner Stein. Du müsstest jetzt langsam schon wissen. Okay, ich kann es nicht zerhacken. Das geht nicht. Mit meinen Waffen, mit meinem Zeug, was ich hab. Ich muss meine Pike basteln. Hast du schon Fels? Bestimmt. Warte mal, ich schau noch mal, was ich brauch, wenn du das alles hast. Äh, ich brauch einmal zwei Felsbrocken und drei Steine. Bestimmt. Ja, dann gib. Jetzt klopp ich ja zu Ende. Dann kann ich nicht die Teile weiterbauen. Die kann ich schon zwei wieder aufstellen. Was zum Kochen brauchen wir ja auch. Okay, wenn du kloppst, mach ich noch ein Stamm. Was soll denn das denn? Manchmal trifft er, manchmal nicht. Oh, hier, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, gib, 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 gib. Ja, willst du das in den Dreck suchen? So was willst du jetzt? Ja, zwei Felsbrocken und Stein. Also, gib mir Stein und die Felsbrocken. Felsbrocken. Hab ich. Hab ich. Gut. Du verschwinde. Ich verschwinde ja schon. Mach weiter so. Ich bin stolz auf dich. Ja, der ist doof. So, loven, loven, loven. Schiffst du immer noch hier, mach da. Ich bin schon fast an der Tankstelle. Ich hör was. Nee, Fuchsi. Ja, was zu fressen haben wir nämlich immer noch nicht. Ja, das stimmt allerdings. Aber er hat yes gesagt. Yeah. Oh je, hat er gehört. Da kommt man schon gut hoch. So. Ich will aber alleine nicht so weit wegrennen. Der Laufort nicht so weit weg. Jetzt hat er wieder Angst, weißt? Jetzt hat er auf einmal wieder Angst. Das ist aber eine Schicht-Klockenmeer. Weil Papi nicht hier ist. Oh, ich will nicht mehr rein, ey. Ja, weil Papi nicht hier ist. Junge, Junge, Junge. Da hat er dir die Hosen voll hier. Schau, ist Papi nicht da. So. Hab ich gebaut. Gebautet. Ich bautet das nächste. Und zwar, die Werkbank. Bild. Ich build die Werkbank. Drehen. Warum ist die rot? Warum ist die rot? Wie jetzt? Wieso lässt sich die hier nicht hinstellen? Was soll das? Sie verarschen oder was? Gibt's gleich auf den Deckel. Keiner kommt halt in die Ecke. Was soll's? Geh mir gar einen Millimeter. Ja gut. Werkbank. Boom. Werkbank. Was brauchen wir noch? Futter. Futter. Dings da. Fressualien und so, gell? Ja. Hier. Dings. Die zwei habe ich. Cooking. Untills. Die Forschung brauchen wir unbedingt. Forschung. Wir brauchen Holz. Bretter. Seile. Da müssen wir schon mal anfangen zu craften. Cooking. Brauche ich. Ast. Los, du Ast. Hä, wo müssen wir das andere jetzt? Achso, da ist sie ja. Wie sieht man kaum. Okay, was brauchen wir? Holzbretter, habe ich gesagt. Stell, wie viel? Astabic 17. Ja, komm hoch. Hast du schon mal Kisten gebaut? Noch nicht. Wir haben ja noch nicht so viel. Wir müssen, wir verarbeiten. Wir verarbeiten ja das meiste jetzt. 16. Ey, hier hochzukommen ist. Nein, geh, kletter beim Auto. Mit Anlauf von vorne, nicht so. Ja, oder so. Und dann auf die Kleine. Jumping, check, flash. Was soll ich noch sagen? So. So, pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ne, 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 ne. Warte, warte. Forschung brauche ich. Hast du Seil und Holz? Seile. Holz musst du da drüben. Kann ich auch herstellen? Holz, warte. Achso, Seil hast du hingeschmissen. Nehme ich. Jetzt hier Holz. Wie stelle ich Holz her? Hier stelle ich Holz her. Ich kann kein Holz mehr herstellen. Mach du. Ich habe das für Bretterverarbeitung gemacht. Holzbrett brauchst du. Nein, Holz. Holz. Mach Holz. Holzbrett brauchst du. Nein, Holz. 20 Stück? Einfach hinschmeißen. Gut, jetzt pass auf. Wir haben ja so viel zum Forschen. Jetzt müssen wir schauen, was wir forschen. Ich würde mal sagen, fallen dann, oder? Also forschen, Forschungsmaterialien, warte, schmeiß ich die Olai raus, kannst du Olai aufsammeln. Ja, wir wollten zusammen forschen, habe ich gedacht. Dass du mit Sprache recht hast. Auf jeden mal. Ich sah immer so aus, als wenn ich alles alleine mache hier. Wieso kann ich das hier nicht hinstellen? Okay. Also, wo ist denn das? Wir brauchen hier Junior Energy, damit wir die Dinge herstellen können. Fallenmaschine. Also ich mache mal das erste. Na, Junior Energy soll ich? Ich mache, ich habe schon. Also musst du das extra machen? Warte, geh mal raus und wieder rein. Oh, warte mal. Das ist äh... Sensorik. F. Ja. Was, das musst du auch machen? Ja. Jetzt kann ich das zweite erst. Was für ein Mist ist das denn? Ja. Dann Essen mache ich noch hier. So, dann mache ich Waffen. So, ich habe nur noch zwei. Aber eigentlich kann man das ja so machen. Du machst ein Teil, ich mache ein Teil. Und jeweils zwei Teile oder zwei Halbe suchen ganzes, ne? Ja, du meinst so, dass es, wenn es ich herstellen kann, reicht es. Ja. Warte mal, und updaten müssen wir auch gleich. Okay, Eisenerz, Nagel, verdammt. Was ist das hier mit Update? T. Dann mache ich mal Fressualien. Ziegel, Barren und Plastik. Ziegel. Was ist hier? Katapulten, die Bucke wird. Ich habe einen Pfeil jetzt noch. Au. Okay, schau mal, du kannst jetzt auch diese Munitionstaschen machen, wenn du Fell hast oder so. Was, gerne, wenn du dich aufwertest. Weil du hast ja schon Fell und Knochen. Dann kannst du deinen Charakter haben. Ich habe noch keinen Fell. Nicht? Ich dachte, das war es erledigt. Fensch. Okay, F. Craften. Plastik. Kann ich Plastik craften? Yes. Mache ich gleich Vollgas. Gummiringe. Craft ich auch. Wenn ich das habe. Klebeband. Nee, Quatsch. Brauchst Gummiringe, ne? Zahnräder. Braucht man Barren. Oha. Da braucht man für so eine Fallmaschine braucht man ein Zahnrad. Ich brauche einen Barren. Einen Barren. Eisenbarren. Warte mal, den kann ich ja herstellen, oder? Hier. So, dann kann man erstmal einen Lachplatz gebaut. Nee, ich kann keinen Eisenbarren herstellen, weil das noch nicht upgedatet ist. Kann ich den auch nehmen, den Schlafplatz? Ach, den kann ich auch nehmen mit F. Da braucht, reicht einer. Watt, brauchst du da Eisenbarren? Ja, einen, dann kann ich, äh, ein Zahnrad. Kann ja nur vier geben. Dann kann ich Zahnrad herstellen, dann kann ich nämlich eine Fallmaschine, Dings, da, boah, scheiße, es wird schon so dunkel. Ähm, wo war das? Äh, war das hier? Nee, das war hier. Hast du immer noch keine Küche aufgestellt hier, gell? Ich dachte, du machst Festivalien. Nein. Äh. Ich bin der erste, ich kriege den Föhn. Achso, ein Zahnrad baue ich. Wo ist das Zahnrad? Hier, ein Zahnrad. Craft. Okay. Äh, habe ich gecraftet? Wieso kann ich jetzt die Fallmaschine nicht anklicken? Wo ist sie denn? Wo ist jetzt die Fallmaschine? Wo ist denn jetzt die Fallmaschine, Mann? Wieso kann ich jetzt keine Fallmaschine bauen? Wieso zeigt sie mir das jetzt nicht mehr an? Ach, da ist sie. Doch, kann ich. Hier, zack. Okay, ich habe eine Fallmaschine schon mal. Jetzt scheinbar. Ja, die musst du unten irgendwo hinstellen. Jetzt pass auf, wir müssen was machen, warte. Wir müssen hier die Eingänge dicht machen, dass sie nur in einer Richtung reinkommen. Hier. Du hast jetzt so... Was braucht man denn für diese Palisaden? Oh, nee, wah. Für die Palisaden. Wo sind die denn? Wo waren denn diese Palisaden, diese Schutzmauern? Haben wir die noch nicht erforscht, oder was? Wo waren denn diese Schutzmauern? Hier bei Walls? Nein. Floors? Nein. Stairs? Nein. Fensch. Bei Fensch waren die. Was braucht man dafür? Bearbeitete Baumstammen. Wenn du bearbeiteten Baumstammen her, dann mach mal hier zu. Hier, schau. Hier müssen wir zu machen. Hier. Hier bis hier rüber. Sodass nur hier vorne das Kleine offen ist erstmal. Ich schmeiße mal all deine Seile und Baumstämme hierher. Seile, Baumstämme. Seile habe ich nicht mehr. Dann Baumstämme. Baumstämme kann ich hier neu nehmen. Gut. Und nochmal vier. Gut. Okay. Pass auf. Ich mach hier mal zu, damit die dann nur von einer Seite reinkommen. Ich würde sagen, oh scheiße, wir haben echt viel. Ja, aber Gott sei Dank ist ja die erste Welle nicht so tragisch. Was fehlt mir denn jetzt? Achso, ich muss umbearbeiten noch. Ah, verdammt. Ist ja aufgeregt. Ja, weil ich's heilig bin voll auf. Voll eilig hab ich's. Mann, du Olum-Held. Das gibt's doch gar nicht. Geh doch da rauf mit Springer. Jetzt aber. So, wo war das hier? Ich komme wieder. Wie viel Zeit ist schon wieder verlaufen? 25, dann schaffen wir das ja genau bis zur nächsten Welle. Das nächste Video. Okay, wo wollte ich das machen? Hier beginnt das Zäun-Lied. Okay. Und wie Sie sehen, kann man nichts anbauen. Wahrscheinlich wieder kleiner machen, oder? Ah ja. Das ist dann auch gerade. Oh, ich seh das kaum. Wieso nicht? Kann man das hier nicht anöcken? Irgendwie? Shit. So kann man das hier nicht durchbauen. Das ist doch scheißegal. Okay, dann muss ich es von der anderen Seite machen, irgendwie, dass ich es hinkriege. Was ist denn das für ein Mist? Schon wieder. Wie viel Zeit noch? Boah, ist doch eine Uhr. Ja. Passt schon noch. Die Location gefällt mir viel besser als unsere alte, du und dir. Bis jetzt? Also mindestens ist es schon mal besser, dass wir mehr in der Mitte sind. Ja und hier ist doch... Dann haben wir nicht so eine lange Wege erst mal. Ja und hier ist doch gut Loot, weißt du? Kommt noch dazu, apropos Loot. Was ist denn jetzt hier? Das Pilze. Ab in die Pilze. Wo kann ich das dann hier nicht so anbauen? Zwischen rein. Ich bin sehr blöd jetzt hier. Das steht so dämlich, dass ich das hier nicht... Auch nicht, wenn ich kleiner werde. Was jetzt? Was fehlt denn? Mist. Was fehlt denn jetzt? Oh, ich brauche... Muss ich dir schon wieder da die Baumstürme klauen? Nee, es war. Wo bist du denn? Am Arbeiten. Ja, ja, nicht nur du. Du bist mein Arbeiter, ich Ingenieur, weißt du? Hier, Baumstürme schmeißen. Der spielt sich den ganzen Tag am Voller, Jungs. Ja, ich muss hier die Denkarbeit machen. Du bist hier die Muskelmann, weißt du? Warte, renn doch nicht weg. Warum denn? Weil noch welche kommen, sonst kommt es in 5 Minuten, wird er angeschissen. Ja, kann sein. Okay, die Zeit. Wie war das mit die Strommasten? Ich höre was. Geh dir, die gehen nicht. Warte. Ja, voll. Ist eigentlich Holz, oder? Verstehe ich auch nicht. Oh, hier haben wir Funk, haben wir Feuer. Ich muss hier umbauen noch. Nee, 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 nee. Da ist ja noch einer hinter, den können wir wirklich wegnehmen. Der ist doch schon richtig in der Türstellerin gewachsen. Ist ja nicht gut. Gar nicht gute. Nee, und dann weg. Oh, jetzt hat er dich fast zerlegt, mit dem Hammer, das Ding. Okay, Gas, 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 Gas. Als wenigstens das eine Eck zu ist. Oh, mein Gott, bin ich schief geworden. Das kann ja gar nicht sein, oder? Oder, oder, oder? Fancy, Fancy, Fancy. Oh, das passt genau, Baby. So, da ist dicht erst mal. Hast du schon mal ein paar Kisten hier gemacht? Wie? Nee. Haben wir jetzt keine Zeit für. Lass mal hier. Warte mal, die gehen ja hier auch drüber, oder? Was sind die hier? Können wir die auch nehmen, ey? Aber ich staune, dass hier keine Wumme oder sowas rum nicht war. Eine Wumme? Ja, irgendwie sowas. Ja. Okay, jetzt warte mal. Was kosten eigentlich so eine Falle, die ich hier hinbauen will? Hier ist der Eingang. Ähm. Was für eine Balle? Was für eine Spezial, oder? Nee. Spezial. Oh Gott, was hat denn hier jemand? Was ist denn hier? Ah, hier. Schredder, Schredder. Ich würde sagen, wir bauen hier eine Pendel. Sieht cool aus. Pendel ist kacke. Nee. Da musst du das nehmen hier mit die Säbel, das ist ja jener da, was von oben kommt, mit die Messer. Fallbeil. Fallbeil, genau. Dann brauche ich, das kann ich sogar bauen, da brauche ich noch. Ja, aber der, der, der ist ja so langsam, wenn mehrere auf einmal kommen. Und der muss auch aufgeladen werden. Gut. Ich sammle schon mal Äste, weil der muss noch immer unten, unten mal hinlaufen und dann 20 Mal macht der runter. Was brauchst du denn jetzt? Weil der, 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 das Pendel schlägt zweimal zu. Gut, der Fallbeil ist ein One-Hit. Was brauchst du denn? Seile hast du keine. Ich geh schon und bastel welche. Was hab ich nicht? Seile. Pfeile. Mensch. Rope auf Englisch. Frag mir, was denn auf Englisch heißt. Seile. Seile. Nicht Pfeile. Scheiße, ich kann auch keine Seile mehr. Ich brauche, äh, Ranke. Komm mal hoch. Bring mir bitte Ranke. Oder soll ich runterkommen? Ach, ein reißes Stück. Habe ich auch meine ganzen Snickers noch? Ja, da geht man, wenn die Welle losgeht, pfeifig mit Laien Rindau. Äh, oh ja, das mach ich nämlich jetzt gleich. Ja. Sechsen. Wir haben waren kurz vorm Sterben, weißt. Haben Snickers nicht genommen, eiser. Das ist mal wieder der, komplett lost. Komm mal hier. Schmeiß hin die Seile. Äh. Seile nicht? Nein, Ranke, 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 Ranke. Muchas gracias, senor. Du bist der beste Arbeiter, du wirst Arbeiter des Monats. Kriegst du eine, eine Medaille von mir. Ein Zweihandschwert werde ich dir basteln. Bin ich John Wayne oder sind sie das? Ich bin nicht John Wayne, ich bin, äh, Dings, wie heißt er, äh, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Dingsen, weißt schon, er hier, er hier, der Killermann, ähm, Chuck Norris darfst du mich nennen. Achso, ich hatte heute nur Olli gesehen, die hatte dich in der Hand. Mich in der Hand? Hm. Wie hatte die mich in der Hand? Ah, die hatte einen Lauch in der Hand. Ein Lauch? Lauch. Was für ein Lauch? Na, ein Lauch. Kennst du das Gemüse nicht? Lauch. Lauch. Willst du jetzt echt einen Fallbeil machen? Naja, gut, wenn du das sagst, ich höre auf dich. Aber das ist halt echt, nee, das würde ich halt jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Ja, der, jedes Mal, wenn da einer kam ist, oder angelaufen kam ist, der, lass die doch mal erstmal ein bisschen rindrufen, wir wollen ja auch was zu tun haben. Oder willst du bloß hier oben stehen und zugucken? Hey, wenn du das sagst, hier ist das Fallbeil. Also ich hätte jetzt lieber diese Pfändel gebaut, weil das schlägt zweimal so und trifft alle und der trifft nur einen. Ja, das können wir doch dahinter machen, wir können doch hier wie eine Schneise lang. Ja, aber ich habe jetzt keinen Motor mehr, da braucht man schon Mats für so einen Motor. Achso, naja. Ja, siehste. Dann mach erstmal noch eine Wand dran. Ja, mach, ich bin ja schon dabei. Pass auf, hier. Damn. Boah, jetzt habe ich noch perfekt gebaut. Oha, können die da durch? Sieht erstmal nicht danach aus. So, wir brauchen immer noch eine Küche. Ja, hast du immer noch nicht gebaut, oder? War ja klar. Alter, war ich unterwegs, oder was? Okay, hier ist dicht. Also hier ist dicht. Eine Küche, ja. Meinst du wirklich das Fallbeil hier so? Warte mal, ich schau mal. Ja, was brauche ich denn alles, um nochmal so ein Ding zu bauen? Das ist das andere. Ähm. Oh, ich kann Eier machen. Mach Eier. Mach voll geil Eier hier. Oh, ich kapp da nicht. Scheiße, ich wollte es eigentlich anders bauen, ehrlich gesagt. Brauner Pilz. Ich wollte es eigentlich... Weißen Pilz, gelber Pilz. Habe ich nicht. Kann nur zwei Eier machen. Ich wollte es eigentlich... Warte, ich hab... Ich schau mal, was ich hab. Wo bist du? Da bist du oben. Ja, dann brauchen wir eine Kiste für das Futter. Warte, warte, warte. Das ist Fakta. Ja, das machen wir alles. Das machen wir alles jetzt dann. Wir bauen jetzt eine Kiste für das Futter. Ja, ich komm grad nicht hoch hier. Kann ich so ja bauen, Johan. Wo ist hier vorne, wo ist hier hinten? Wo ist jetzt, wo er die Küche hinstellt? Mit den... Also dich, wenn man was machen lässt. Dich, wenn man was machen lässt. So. Mal mal nicht so geschlampert alles. Ich will das schön haben. Nachher müssen wir noch Wände hinbauen. Und du baust es zu nah hin. Warum? Quatsch, nee. Pack dein Futter. Nix, ich reiß das jetzt ab. Ah, die Kiste ist voll. Wohl auch schon was drin. Das musst du doch schön machen. Du bist total unästhetischer Bauer. Also nicht Bauer als Bauer, sondern als Aufbauer. Nicht ein Bauer. Weiß schon. Nicht, dass du das falsch verstehst. Jetzt pass auf. Hier. Guck gegen. Mensch, hier ist das so schön. Kein Platz. Geh mal weg, da du stehst. Schlafsack hat er auch irgendwo hingezimmert. Einfach nur hin. Warum passt es da nicht rein? Weiß nicht, passt. Weil du zu eng gebaut hast. Quatsch, ich hab nicht zu eng gebaut. Mensch, der Schlafsack muss weg. Der liegt da nicht gut. Aber der liegt da nicht gut. Den brauchen wir gleich. Okay, warte mal, dann machen wir das so. So, hier. Hier, ich packe hier drin, wie du gesagt hast. Oh, nicht abreißen. Du musst echt aufpassen mit dem Hammer. Was habe ich? Pilz, Pilz, Samen. Ja, ich glaube, das war's schon. Hier, Gießkanne. Pilz. Gießkanne. Fackt der da jetzt wirklich eine Gießkanne drin? Ja. Was soll ich mit der? Oh, ich hab echt viel Zeug. Wart mal schauen, noch eine Falle. Was kostet denn die? Ey, was kostet denn so ein Motor? Wo war der Motor? War der hier? Ja. Ich bräuchte noch ein Zahnrad. Auf was mache ich ein Zahnrad? Barren. Habe ich Eisenerz? Kann ich ein Barren herstellen? Wo kann ich denn Barren herstellen? Kann ich noch nicht. Wo konnte man denn Barren herstellen? Hier? Ne, auch nicht. Wir müssen die updaten, sonst upgraden, sonst können wir das Zeug nicht bauen. Tee, was brauchen wir hier? Barrenscheiße. Ist natürlich blöd. Das war jetzt nicht so schlau. Wir müssen den hier updaten. Updaten. Daten. 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 Die datet man in dem. Mir zeigt nur F an. Ah, jetzt. Eisenerz? Hast du Eisenerz und Nägel? Essen kann man das, was links ist. Nägel habe ich noch zwei. Naja, ich habe ja fünf Snickers. Nägel. Eisenerz zeigt vier. Schmeiß alles hierher. Na, update ich den einen schon mal. Scheiße, was soll ich jetzt? Tee, Tee. Äh, ja. Das liegt so blöd, dass ich es nicht... Ah, take all, jetzt kann ich es nehmen. Nicht so nah an die Dinger hinschmeißen, sonst quält man immer die Maschine an. Nägel. Ah, ich brauche noch Nägel. Vier Stück. Nägel, Nägel, Nägel. Wo war das? Nägel herstellen? Hier drüben, oder? Was braucht das für Nägel? Ja, ich kann schon, ich kann schon. Brrrr. Brrrr. Ist ja widerlich. Ja. Widerwärtig. Okay, ich upgrade. Boom. Oh, scheiße. Wie habe ich dich hingestellt? Ja, ist egal. Naja, auch nicht schön gemacht. Hm. Okay, was kann man jetzt hier noch bauen? 30 geht gleich wieder ab, du. Wieso? Wenn du das nicht schön machst. Nein, das ist schon abge... Das muss schön parallel zum anderen Schrank sein. Ist es doch. Ja, nee, ist klar. Junge. Hey, wir müssen noch Äste, weil sonst können wir die Maschine nicht nachladen. Ich habe nur zwei, du. 22. Ja, dann bist du der Lader und ich der Schütze. Pass auf. Die halbe Stunde ist schon lange... Die halbe Stunde ist rum. Danke fürs Zusehen. Die nächste Nacht kommt im nächsten Video. Ciao, euer Hopfi und... Der Grandiose.